guten tag es ist auch wenn es immer noch recht dunkel ist und das täuscht vielleicht aber es ist tatsächlich ich glaube halb 8 Uhr morgens oder lass es 7 Uhr morgens ich war schon lange nicht mehr so lange feiern und zwar waren wir heute im Tucholsky ja dieser Schuppen wo ich immer wieder sage da landet man nur alle paar Jahre aber jetzt war ich schon wieder da und heute mal richtig lange auch wenn ich früher gehen wollte aber wenn man nicht gelassen wird dann ist das halt so ich wollte mich auch nur mal kurz dazwischenmelden ich habe jetzt Urlaub also ich habe jetzt wirklich die komplette Woche Urlaub endlich mal hat es geklappt jetzt können auch Leute krank melden ist mir egal ich habe genug Ersatz da mit eingeplant und ja im Moment ist einfach alles wirklich richtig gut ich erzähle das auch Freunden von mir wenn mich fragen wie es dir geht im Moment geht es mir eigentlich so gut wie schon lange nicht mehr irgendwie es ist alles gut ich spiele sehr viel Fußball ich bin körperlich halt deshalb auch richtig schön traurig war im Laden läuft alles super ich verstehe mich mit deinen Kollegen gut wie gesagt man hat auch ein paar Vorgesetzte weiter oben halt auch mal kennengelernt durch dieses ganze Programm der Ausbildung macht richtig Spaß im Moment ja und ansonsten läuft auch alles richtig gut Spiele machen im Moment richtig Bock ich habe genug Spiele jetzt von Nintendo jetzt bekomme ich auch viele Spiele von Nintendo mein letzter Kontakt habe ich erfahren der arbeitet da gar nicht mehr deshalb habe ich da nichts mehr von bekommen jetzt bekomme ich Sonic Lost World ich weiß nicht ob ich zu spät war ob ich jetzt auch so eine coole Version mit Mütze bekomme das weiß ich nicht jedenfalls freue ich mich richtig auf Sonic Lost World schon seit langem und ja was so die die Liebe Liebe angeht sag ich mal werde ich so halten wie davor ich werde hier nichts darüber erzählen ich kann euch nur so sagen dass ich im Moment sehr glücklich bin wie die derzeitige Situation ist was auch immer sie sein mag und mit wem auch immer sie sein mag ich werde das ganze hier nicht weiter in Vlogs irgendwie verbreiten das ist einfach eine Lektion die ich so gelernt habe ansonsten gehe ich gerade hier schön durch Kiel nach Hause über den Knobber Weg der komplett gesperrt ist deshalb seht ihr hier auch keine Autos wenn ihr hier gleich doch ein Auto langfahren sehen dann könnt ihr euch kaputt lachen ich gehe gerade über frischend her glaube ich ist egal weil dann fährt das Auto in der Sackgasse ja da habe ich mir gerade so ich habe gedacht jetzt mit dem Handy hier aufnehmen da ist der Sound ja nicht so gut wie mit meinem anderen wenn jetzt ein Auto kommt ist ja voll laut habe ich gedacht nee warte mal geht ja gar nicht hier war jetzt die ganze Zeit unscharf muss erst mal fokussieren erkennt man gar nicht ne alles abgesperrt hier noch alles frisch geteert und so naja ist es halt Zeit kurz ein bisschen unscharf ihr sollt mir ja zuhören und mich nicht angucken die ganze Zeit mir hat heute ne Schwuchtel auf den Arsch dauernd Entschuldigung Schwuchtel ist ein abwertendes Wort das war jetzt nicht so gemeint ein homosexueller Mensch in der eine hat mich angesprochen meinte er würde mich irgendwoher kennen und sein Kumpel dann mit dem er dann auch kurz geschnutscht hat der hat mir dann voll in den Arsch gegriffen so einmal ich habe mich nur so angeguckt naja muss ich kurz lauter reden um den Wind zu überschatten ich wollte mich auch nur kurz melden ich werde das jetzt zum Vlog fertig machen und morgen zum Sonntag für euch hochladen einfach dass ihr mal wieder was von mir gehört habt ähm ja ich habe jetzt Urlaub die Woche dann wird es wahrscheinlich ich weiß nicht was ich so machen werde ich werde am Wochenende nach Hause fahren und dann wird es bestimmt auch mal wieder was Vlog mäßiges irgendwie gedreht zu sehen bekommen was auch ein cooler Satz total geiler Satz ja von daher freut euch also es ist eigentlich alles gut im Moment YouTube macht Spaß Games macht Spaß ich liebe alles gut äh leben alles gut bin gesund bin topfit Arbeit macht richtig Bock also was will man mehr ja ich hoffe es geht euch auch so gut das war meine kurze meine kurze Meldung an euch und wir sehen uns Alter meine Fresse bin ich wieder am Arsch Sonntag was habe ich natürlich am Sonntag gemacht andere Leute ruhen sich Sonntags aus nein ich bin natürlich zum Fußball um 13 Uhr vorn da hatte ich mein Handy vergessen sonst hätte ich vorhin schon gefilmt ich war der King das klingt jetzt super arrogant aber es war so geil es hat alles geklappt dann bin ich erst gewonnen dann rüber da gewonnen jetzt heute hier war ich auch wieder spielen 17 Uhr also heute wieder vier Stunden Fußball auch beide Runden gewonnen heute ist mein Tag im Moment sowieso es läuft alles im Moment ist echt allerbeste Laune im Moment läuft einfach alles irgendwie voll gut ich habe richtig Spaß mit Pokémon gerade ich merke einfach äh ich habe es lange nicht mehr gehabt bei einem Spiel dass ich so stundenlang wirklich spielen konnte und wenn ich sage stundenlang meine ich jetzt so zwei Stunden ähm für länger am Stück habe ich gar keine Zeit aber ich werde jetzt gleich den Livestream mit euch machen und dann werde ich Pokémon spielen und ich habe so einen Bock da drauf ich habe jetzt das geile Pokémon den Frosch habe ich genommen jetzt habe ich auch schon Glumanda bekommen und freue mich so auf die Mega Entwicklung aber es gibt auch immer zwischendurch coole Pokémon und bisher habe ich eigentlich nur Positives bemerkt viele neue Verbesserungen ich habe sogar das Gefühl sie haben aus ganz vielen Fehlern gelernt also bisher könnte es das beste Pokémon aller Zeiten werden aber mal abwarten denn ich habe ein bisschen Angst dass sie das Spiel zu leicht gemacht haben aber das werden wir noch sehen wir sehen uns nachher kaputt fertig ähm acht Stunden gearbeitet jetzt natürlich wieder beim Fitness es ist Viertelverzwünft und ich muss auch gleich duschen aber es macht im Moment richtig Spaß äh ich gehe ja im Moment recht oft zum Fitnessspiel sehr viel Fußball man sieht das auch schon deutlich an Magen an meinem Körper wie sich die äh die Muskeln verändern wie ich abgenommen habe durch das Ganze und einfach auch ich merke das auch einfach ich fühle mich dadurch viel besser viel fitter ähm das ist ja der Hauptgrund des Ganzen warum ich so viel gehe im Moment weil das ist ja alles gut Kopf mäßig äh herz mäßig ist alles gut aber ich fühle mich einfach so unglaublich gut wenn ich so viel mache mittlerweile ist es auch so dass ich hier viele Leute von früher wieder getroffen habe beim Fitness viele neue Leute kennengelernt habe das heißt man geht hier her und man hat gleich gesinnte um sich und kann quatschen und labert Blödsinn und so das ist schon ganz gut so ich habe heute mal ganz gut austesten können was ich so äh an Gewicht nehme heute habe ich es ganz gut hinbekommen immer auszutesten wie viel äh kann ich maximal benutzen ich mache das immer ganz gern so äh bei zwölf Wiederholungen drei Sätze und beim letzten muss es dann auch wirklich so sein dass ich nach zehn oder zwölf Wiederholungen absolut nicht mehr kann so habe ich das immer die ganzen Jahre am liebsten gemacht und ähm ja gucken wir mal wie es morgen ist Samstag morgen werde ich dann nichts machen und Sonntag ist dann wieder zweimal Fußball angesagt Hi eigentlich wollte ich den schon längst hochgeladen haben aber dann war mein PC immer besetzt weil ich immer irgendwelche andere Videos hochgeladen habe dann ist mir aber eingefallen ich habe noch etwas vergessen und zwar wollte ich euch ja die hier noch zeigen das sind diese McDonalds Figuren da haben wir einmal den kleinen Decay dann haben wir Peach Donkey Kong äh Quatsch Mario und seiner Waberöhre dann so ein kleines Pilzchen Mario mit Münzblock da haben wir Luigi achso und da ist noch Gengar und wo ist denn mein der ist schon wieder weg der ist irgendwo runtergefallen ja die wollte ich euch ja noch zeigen und dann nochmal etwas ganz anderes und zwar habe ich hier so ein cooles Getränk das habe ich schon mal mitgenommen das heißt Power Look das Witzige an dem Ding ist das war falsch Moment so ich habe es jetzt auf so jetzt seht ihr hier oben ist so ein Ding ihr seht seht ihr die Konsistenz von diesem Drink ist noch hell so jetzt muss ich das Ding hier komplett runter drücken warte mal das stimmt doch fast nicht das ging doch so oder klick roten Pin drücken und Inhaltsstoffe aus dem ah ne ja jetzt jetzt habe ich es drin so und jetzt Achtung weiß nicht ob man das oh sieht man das pass auf hier jetzt kommt da so rot mit rein wenn ich das jetzt schüttel dann wird das so komplett dunkelrot und jetzt jetzt kann ich das Zeug trinken das Interessante ist das ist halt richtig konfi-inhaltig aber es ist kein Energy Drink sondern es ist eher so ein Tee-Erfrischungsgetränk das ist arsch teuer das Zeug aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal getrunken es frischt richtig doll also ich trinke das richtig gern zum Sport vor allem weil das auch nicht zu viel ist wenn ich zu viel beim Sport trinke kriege ich so einen Blubberbauch das mag ich überhaupt nicht aber so finde ich das echt lecker also um es jetzt wirklich zu empfehlen ist das viel zu teuer aber wer da mal Bock auf hat ist ganz witzig das Zeug so ansonsten habe ich den Rest habe ich ja schon gesagt ich lade den Quatsch jetzt mal völlig hoch ich habe im Moment einen sehr schönen Urlaub ich hoffe ihr habt auch eine schöne Zeit Bayern hat gerade 5 Uhr gewonnen geiles Ding Breaking Bad bin ich Hälfte durch mit der letzten Staffel bin gespannt wie es weitergeht Tschüss ja wie das so ist habe ich mich gestern doch nochmal spontan mit jemandem getroffen und Ratzfahrts war die Zeit auch schon alle deshalb habe ich den Vlog gar nicht fertig machen können ich bin auf dem Weg zum Fußball da hinten warten die Kollegen schon auf mich es ist perfektes Fußballwetter auch wenn wir uns beeilen müssen es wird recht schnell dunkel und dann gibt es aber nachher den Vlog Indianer Ehrenwort